Aber wir werden sehen, gleich geht es los. In einer Minute, dann kommentieren hier Rostam und ich zusammen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. So, okay. Wir hatten auch ein paar Fragen vom Chat, der natürlich wieder was von dir wissen wollte. Ich muss jetzt nur kurz mal finden, wo das so war. Also zum einen natürlich liebe, liebe Grüße an dich vom Chat. Ganz klar, der hat dich natürlich sehr vermisst. Genau, welche Bücher könnt ihr empfehlen, um so ein bisschen besser im Schach zu werden, würde ich mal so sagen. Also wenn man so Amateur ist, welche Bücher könnten einen weiterbringen? Kannst du uns da helfen? Also ich lese einfach alles, ja. Alles, was ich zur Hand bekomme, egal was es ist, ja. Zum Beispiel, ich finde irgendeine alte Partie, ich analysiere sie dann alleine oder mit einem Computer. Ich glaube, alles ist hilfreich. Ich habe gerne die Bücher von Kasparov gelesen. Wie heißen die? Meine Vorgänge? Meine Vorkämpfer? So was, ja. Also die Bücher, die haben relativ viel einfach, ja, Prose, ja, so Geschichten und so, aber auch sehr viele schöne Partien. Und als Kind habe ich sehr gerne die Partien von Capablanca durchgespielt. Ich hatte so ein schönes Buch von Euwe und Prinz. Heißt, wie heißt das? The Chess Phenomenon. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Kennst du das Buch? The Chess Phenomenon? The Chess Phenomen? Nee, das sagt mir nichts. Ja, also auf jeden Fall, Capablanca's Partien sind immer zu empfehlen. Sind meistens so richtig sauber, richtig, richtig schön zu analysieren. Welches war das letzte Schachbuch, was du gelesen hast? Ich habe ein Buch gefunden, der ist aber auf Russisch, ja. War höchst interessant mit vielen schönen taktischen Beispielen, ja. Ich könnte, ich könnte mal, wenn ich mal so einen Stream mache oder so, ich könnte ein paar Beispiele davon zeigen, wäre ganz interessant. Ich mache jetzt auch relativ viel so Privatunterricht. Und ich muss immer wieder für meine Studenten Sachen finden, die sie interessant finden, ja. Also meistens ist es was Taktisches, was Kompliziertes, was Schönes, ja. Der Schach kann ja so richtig schön sein, ja. Ja. Ja, apropos Stream, da wurde natürlich auch gefragt, wann geht es los mit deinem eigenen Kanal? Wann können wir uns freuen und mehr von dir sehen? Also das ist die Sache, ich finde so wenig Zeit. Ja. Ich finde so wenig Zeit, das verstehe ich. Also mit meiner Arbeit für Fabiano, auch mit meinen Verpflichtungen zu Hause und mit ein paar Studenten, die ich privat habe. Und ja, Online-Kommandare und dies und das. Und bald will ich auch anfangen, selber zu spielen. Ich finde einfach nicht die Zeit. Ich verstehe nicht, woher Leute so viel Zeit haben. Vielleicht schlafen sie weniger als ich, oder? Oder essen schneller, ja, das kann ich auch sagen. Musst du mal Jan fragen. Ich meine, Jan hat ja sogar heute vor der Show nochmal eine Stunde oder so gestreamt, um warm zu werden, glaube ich, hieß es. Also... Ja, Jan macht richtig Karriere, ja. Ja, ja, Jan ist da groß dabei. Immer schwierig, eingegriffen zu werden, ja, in einer Schnellschachpartie. Das stimmt. Obwohl ich habe... Man hat immer noch die Weisheiten von früh, ja, aber ich habe so lange keine Schnellschachpartie mehr gespielt. Schwer zu sagen, wie sich das anfühlt, ja, so eine richtige Schnellschachpartie am Brett. Ja, also ich habe auch ewig keine Schnellschachpartie mehr gespielt am Brett. Das... Ach, das fehlt mir schon. Ja, nee, ich habe... Ich sage das auch immer, das fehlt mir, aber... Ja, kommt drauf an, wie das läuft, ja. Ich habe das Gefühl, dass Schach wieder zu spielen, alles andere als einfach sein wird. Ich befürchte da schon. Hast du Turniere, hast du irgendwas vor? Nee, ich habe erst mal nichts vor. Ich warte einfach weiter ein bisschen ab, was so mit Corona und sowas passiert, welche Möglichkeiten wir dann zum Beispiel nächstes Jahr so haben an Turnieren. Aber nee, ich habe im Moment nichts geplant. Wie sieht das mit der Frauenbundesliga aus? Ja, das ist... Also die wurde ja jetzt irgendwie schon dreimal oder so verschoben und das wird immer wieder neu angesetzt. Aber da gab es jetzt auch noch keinen endgültigen festen Termin, aber der sollte demnächst mal wieder genannt werden. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, funktioniert es oder nicht. Ja, das ist auch so wissenschaftlich gesehen, so statistisch gesehen, glaube ich schon, zweimal verschoben ist schon wie einmal abgesagt, ja. Also ein Jahr haben wir schon verloren, ja. Da hätte man schon fast absagen können und neu starten, ja. Ja. Also wenn wir das immer weiterziehen mit dem Saison, wenn wir zu Ende spielen sollen, dann wird es vielleicht auch nicht werden, ja. Ja, vor allen Dingen, weil die Frauen, ich glaube, die brauchten ja sowieso nur noch zwei Runden. Also es war jetzt nicht so, dass wir noch irgendwie fünf brauchten oder so, sondern es waren ja nur noch zwei. Aber gut. Ich gucke dann halt mal, was bei rumkommt. Ja, wir brauchen noch sieben, glaube ich. Ja, okay, das ist dann natürlich was anderes. Gab es da für die Schachbundesliga auch irgendwie nochmal einen neuen Termin oder wurde das auch weiter verschoben? Also das wurde verschoben und das Letzte, was ich gehört habe, war nicht früher als September. Das ist zwar Information, aber es ist auch kein Termin, ja. Nee. Ich glaube, es ist besser, einfach einen Termin zu haben und dann versuchen, den zu organisieren. Dann ist es einfach immer weiter verschieben, weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. So. Was hattest du gesagt, welche Turniere du sonst geplant hast? Hast du das gesagt, französische Liga würdest du gerne spielen? Und Dortmund. Und Dortmund würdest du gerne spielen? Ja, ich war eingeladen für das, es gibt ja, in Dortmund gibt es zwei Sachen oder ich glaube, mehr als zwei, mindestens zwei Sachen. Eine Sache ist Anand gegen Kramling, sondern die experimentieren mit diesem Schachformat, ja, wo man keine Rohade spielen darf. Also grundsätzlich einfach Schach ohne Rohade, ja, mal sehen, ob das interessant wird. Und wir sind wahrscheinlich so, ja, wir sind ein Turnier Bär wahrscheinlich, ja, weil der Hockey, Anand und Kramling werden wahrscheinlich die Hauptattraktion sein. Aber trotzdem, ja, zehn Großmeister werden in sechs Tagen neun Runden spielen. Okay. Also ein bisschen ungewöhnlich, ja, also ein paar Doppelrunden dabei. Trotzdem, ja, ich habe, ich habe ohne zu zögern, ja gesagt, ich will einfach ein bisschen Schach spielen. Okay. Und danach, wer weiß, ja, also hoffentlich irgendwann mal die Bundesliga zu Ende spielen und dann wieder anfangen vielleicht. Es gibt ja einiges an Ligen in Europa, die einfach stillgelegt wurden, ja. Ja, ich habe früher auch sehr gerne in der Schweiz gespielt und würde ich auch mal wieder machen, ja, wenn das geht. Na gut. Damit ist die Runde vorbei, ja? Ja, damit ist die Runde vorbei. Das war es auch schon wieder. War mir eine Freude. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich war, ich war mal wieder ein bisschen aufgeregt, aber ja, es war, es war sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich danke. Und wir sehen uns morgen, ja. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank.